Zum Welttierschutz-Tag haben wir uns gedacht, wir bringen euch ein paar Tiere näher, die ein neues Zuhause suchen. Sie sind im Tierquartier und jetzt haben wir zum Beispiel im Paco, das ist ein Mischling, oder? Ja, der Paco ist ein neunjähriger Mischlingsrüde, der ist ganz freundlich. Wie man sieht, genießt er es sehr, mit Menschen zusammen zu sein. Er lässt sich auch sehr streicheln. Was für Leute sucht der Paco? Der Paco sucht ein neues Zuhause in einer eher ruhigen Gegend, wo er auch zur Ruhe kommen kann. Er ist aber auch sehr aktiv und möchte auch viel mit seinen Menschen im Freien unterwegs sein. Man ist immer sehr abgelenkt, wenn ein Hund dabei ist. Ja, die ganze Aufmerksamkeit geht auf das Tier.